Sie haben Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb gehauen und das sagt schon sehr viel aus. Daher wissen wir um die Stärke dieser Mannschaft. Es ist eine physisch sehr starke Mannschaft, die es schafft, wenn man sich auf ihr Spiel einlässt, jeden Gegner zu bezwingen. Das ist das Thema. Sehr stark am Flügel, sind sehr flügellastig, haben dort sehr gute Einzelspieler. Ich glaube, Kent ist sicherlich dann der Spieler, der herausragt, obwohl sie noch andere haben. Das ist aus meiner Sicht so zusammengefasst die Stärke von Glasgow Rangers. Nein, ich denke, es wird ein schwieriges Spiel. In allen Spiels, die man in der Wettbewerbskampitionen spielt, ist es immer schwer. Wir schauen wirklich an ihn. Es ist natürlich eine schwierige Situation, dass wir diese zwei Spieler suspended haben. Aber mit der Qualität, die wir in der Team haben, jeder kann spielen. Wir sind vollständig für den Spiel und wir sind sehr froh, dass wir diese Chance haben. Und natürlich, dass wir bei Hause spielen, es wird massiv für uns, die erste Spiel hier spielen. Und jetzt, wir sind alle positive, wir haben sehr gut gemacht, seitdem wir zurückgekommen in Januar. Und wir sind alle positive und alle bereit für diese Spiel. Und wir sind alle bereit für die Spiel. Und wir sind alle bereit für die Spiel. Und wir sind alle bereit für die Spiel.